Was geht ab, meine Schababs? Eure Ailo hier, Spaß! Heute schauen wir uns Forgeister und Fortnite an. Welches Spiel ist besser? Und zwar die besten Momente und was geht hier ab? Verdammt, habt ihr das gesehen? Zu wild! Ihr habt dir den Win geholt, Bruder! Der Bruder hat das Spiel durchgespielt! Verdammt! Ihr wisst Bescheid, alle direkt ein Like da lassen! Ihr wisst Einen Kommentar verfassen Für den Algorithmus Und schaut euch das Video bis zum Ende an Denn, wir haben hier einmal Forgeist Und Richtung Ende Kommt nochmal Fortnite, damit ihr das vergleichen könnt Welches Spiel Aktuell das beste Spiel ist Und schreibt es da unten in die Kommentare Für was ihr seid, für Forgeist Oder Fortnite, kommentiert What? Was geht da? What? Oh, I can't! Nein, nein! Als ob, als ob, als ob! Go! Let's go! Der hat Der hat sich qualifiziert, Bruder Der ist einmal nach Kurde Der ist dann zurückgeflogen Okay, der Bruder bekommt Karma Ich hab das Spiel bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gespielt Aber ich feier es unnormal Oh, der hat den festgehalten Oh, der hat den festgehalten Der Bruder hat den festgehalten Und ist dann rausgeflogen Karma, Bro! Was geht jetzt ab? Oder Türkische Hochzeit beim Halleintanzen Und der einmal Kickdown Hä? Der wird den Leuten einfach eine Umarmung geben Ah, free Hugs Ah, der wird den Leuten einfach eine Umarmung geben Ah, free Hugs Ah, der ist so Nein, Bruder, ich sterb lieber Von mir will ich keine Umarmung Okay, okay, okay So kann man diese auf jeden Fall auch machen Die Bruder haben vollgeist durchgespielt, Mann Oh, Mann Der ist unter der Map Krass, das ist ein Bug Ja, ich habe einen Teller Ach, ja In diesem Video gibt es auch Hacker Bro, das wird wild Vollgeist Hacker Was geht hier ab? Oh, mein Gott, Mann Hauli Mauli Macaroni Boah, der Bruder spielt gut Wallah, Happy Lade spielt gut Boah, der Bruder hat das Spiel durchgespielt, Bruder Während andere da rumhängen Oh, shit, Buzz Normalerweise geht man da hin, wo die meisten hingehen Die wurden komplett gerippt Verdammte Scheiße Ey, das Spiel ist so Lacka-Li Hehehehe Ah, der wollte dir festhalten Der ist so Archibachi, Bro Ich hab dich hops genommen Das ist ein Hacker Das ist ein Hacker Das ist ein Hacker, Mann Das ist ein Hacker, Mann Bruder, der wird mal kurz als Superman Hehehehe 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 Bruder, der fliegt einfach Ehrenloser Hehehe Hol' ich auch noch den Win Oh, wir haben hier Jack Sparrow am Start Nein! 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 Nein, der schafft's nicht! What? What? Hahaha Hahaha This Hacker has a speed boost for all ball Das ist ein Hacker Schaut mal, wie schnell der ist, Bruder Cristiano Ronaldo auf Wish bestellt Hahaha Oh shit, oh shit, oh shit Okay, okay Cristiano Ronaldo, Messi, Bruder, Messi Oh, ho, ho, ho Er hat gewonnen Oh, dieser Mann ist hacken, schau Schau, nach vorne Hahaha Wolle, der hat so eine Lache wie Tamo gerade Hahaha Geil Well, right, you're so good at the game You must have a massive guy Hacker! Das ist ein Hacker Das ist ein Hacker, Bro Der fliegt, Bro Was geht ab, Mann? Vollgeist Hackerland Hackerrinos Why, no way Aber hat er die Runde geholt? Safe Aha, okay Nein, nein! Oh mein Gott, er schafft's! Das war so close Das ist ein Hacker Das ist ein Hacker Das sehe ich sofort an diesem Pfeil Jeder Hacker hatte diesen Pfeil gehabt Der seine Aufnahme selbst aufgenommen hat Oh, der ist ein Hacker Oh, der ist ein Hacker Oh, der ist ein Hacker Was ist los mit dem? Super Saiyajin Teleport oder was? Mach der mir auf Son Goku, Bruder Hahaha Ah, okay Jetzt kommen wir zu Fortnite, Leute Und wir fangen direkt an mit einem Trickshot Uuuuhuhuhu, Baby Der No Scope, der sitzt Hahaha Was geht mit dem Hai ab? Hahaha Mach der mir kurz den Urlaub oder was? Hahaha Hahaha Geil Der ist aber Bruder Ich hab keinen Bock euch zu vernoschen Ich jump hier bisschen rum Hahaha Oh mein Gott Hahaha Oh mein Gott Der Typ hat nicht mal ne Mimik, Bruder Ich raste der Meer aus Olym Trickshockt sein Anacondas, Digga Was das? Hahaha Uuuuh Das war so ein mieser No Scope Cheeeesh Ich nehme den Mebo hier Eq 2000 Er wusste, dass er kommt Wirf den Nate Und rippt ihn komplett Und der Bruder Oh Okay, buddy Der will Trickshotten Okay, und dann Oh Der hat ihn nicht mal gesehen Huch 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 Bruder, was sind das für heftige Clips Jungs und Mädels Jetzt müsst ihr euch auch entscheiden Welches Spiel feiert ihr aktuell mehr? 4Guys? Oder Fortnite? Und der Bruder? 17 AP? Nein Oh mein Gott 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 7, 7, 8, 8 Was? Nein Hahaha Ich spiel so hart mit dem Bruder Hahaha Der arme Digga Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Das war ein Trickshot Sein Faders Fader Hahaha Ah, der macht den Ehrenlosen Mit dem Helikopter Ah, okay, okay, okay Ihr kennt diese ehrenlosen Fortnite Spieler Die mit Autos und mit Helis kommen Aber was geht jetzt ab? Karma, Karma Hahaha Karma hat dich hochgenommen Bruder Oh mein Gott, das war's schon mit dem Video Leute, checkt unbedingt BCC ab Ich hoffe euch hat das Video gefallen Kommentiert unten in den Kommentaren Fall Guys oder Fortnite Was spielt ihr gerade aktuell am meisten? Checkt auf jeden Fall meine beiden weiteren Kanäle ab Drop dein Abo, aktiviert die Glocke Wir sehen uns direkt morgen Haut rein und schaut rein Und tragt doch mein Creator Code ein Oh mein Gott, das hat sich rein Bis morgen, ciao Abourri Hahaha